Guten Morgen, mein Name ist Maurice Göbel. Ich bin Karl-Christian Jammka. Und wir sind die diesjährigen Hafen-Annetz-Reporter auf dem ADC-Festival hier in Hamburg. Wir wollen heute versuchen, ein paar der Keynote-Speaker, wie zum Beispiel Jonathan Mese, Maria Jokina oder Rosie Arnold, wenn wir Glück haben, für ein Interview zu bekommen und wollen weiterhin schauen, was wir für Hintergrundberichte euch bieten können heute. Derzeit treffen schon viele Leute ein und wir freuen uns auf einen spannenden Tag mit vielen Berichten, die wir über unsere Social-Media-Kanäle auf Facebook, Instagram, Twitter, aber natürlich auch auf unserer Webseite Hafen-Annetz-Reporter 2019 veröffentlichen wollen. Vielen Dank und viel Spaß.